Willkommen beim Kanal für Haushaltsspeicherlösungen. Hier ist Aiden, ich bin dein Einkaufsführer, bitte folge mir. Heute stelle ich euch einige wundervolle Produkte vor. Es ist LED-TV-Schrank, TV-Tisch, TV-Ständer mit zwei Schränken mit Türen und fünf offenen Regalen, 16 farbige LED-Beleuchtung, TV-Möbel für bis zu 55 Zoll Fernseher moderner und einzigartiger Look. Der einfache weiße Körper macht dieses TV-Entertainment-Center sowohl einzigartig als auch modisch und verleiht den meisten Heimdekorationen einen modernen Touch. Einstellbares LED-System dieser TV-Ständer mit Beleuchtung verwendet ein RGB-LED-Beleuchtungssystem. 16 Farben und vier Anzeigemodi stehen Ihnen zur Verfügung. Ihr Fernseher wird zum Mittelpunkt Ihres Wohnzimmers. Beginnen Sie Ihren Karneval in einer farbenfrohen Atmosphäre. Lagerung mit großer Kapazität der TV-Schrank, bestehend aus fünf offenen Regalen und zwei Schränken mit Türen, macht die Aufbewahrung vielseitig, Schränke zur Aufbewahrung von DVDS, Spielkonsolen, PS4, Büchern und Zeitschriften, offene Regale können für Dekorationen, Projektoren und so weiter verwendet werden. Das Design maximiert den Stauraum des TV-Schranks. Langlebiger und stabiler TV-Tisch der TV-Schrank hat eine starke Tragfähigkeit von bis zu 30 kg. Der TV-Ständer verwendet E1 15 mm Spanplattenmaterialien. Der große TV-Wandschrank bietet Platz für bis zu 55 Zoll Fernseher. Einfache Montage 2-4-Stunden-Kundendienst Das moderne Unterhaltungszentrum wird mit allen Hardware-Teilen und einer Schritt-für-Schritt-Anleitung geliefert und ist in kurzer Zeit einfach zu montieren. Wir bieten einen 24-Stunden-Kundendienst für alle Fragen rund um den schwebenden Medienschrank. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie frei haben. Im Laufe der Jahre ist Furniture Trends immer stärker geworden und hat eine Präsenz in Deutschland aufgebaut, die unser gesamtes Sortiment sowie Ideen und Ratschläge zur Organisation, Vereinfachung und Aufräumung des Lebens bewirbt. Household Storage Solutions ist eine führende Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, Deutschen innovative Organisations- und Aufbewahrungsprodukte für zu Hause und im Büro anzubieten, die Ihr Leben vereinfachen sollen. Sie finden die gesamte Produktpalette in unseren Stores und auf unserem YouTube-Kanal weltweit. Als wir A Place for Everything in sarikang.com auf den Markt brachten, hatten wir zwei verschiedene Ziele vor Augen, einzigartige hochwertige Aufbewahrungsartikel anzubieten und jedem Kunden innovative Lösungen anzubieten, die sein Leben vereinfachen und ein positives, organisiertes und inspirierender Ort zum Einkaufen und Arbeiten in Deutschland. Wir haben begeisterte und leidenschaftliche Mitarbeiter, die mit dem Wissen ausgestattet sind, multifunktionale Aufbewahrungs- und Organisationslösungen anzubieten, die auf die Lifestyle-Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und zugeschnitten sind. Weil es für uns wichtiger ist, Ihr Zuhause zu verbessern. Bei Großbestellungen können wir nach Ihren Wünschen anpassen und je nach Menge Sonderpreise anbieten. Wenn Sie mehr als fünf zufällige Artikel pro Bestellung kaufen, erhalten Sie mehr Rabatte. Für Großhandelsbestellungen wenden Sie sich bitte über belinda.jendros61.gmail.com an den Hersteller. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie uns, um mehr Videos zu sehen.